so leute so neue aufgabe finde autoteile und zwar hier und bei dirty dogs dieser der erste ort ist hier bei dieser carasso sagen wir mal autoschrotthof wir müssen autoteile finden drei stück die finden wir hier bei dieser auto kaputt autowerkstatt nicht das passende in passenden ok wir fangen mal an hier einmal autoteile der erste der zweite ist hier so der dritte der ist nicht mehr hier der ist nämlich bei dirty dogs da geht es jetzt auch schnell hin so ein moment bekommen da geht schon los da sucht jetzt jeder dieser autoteile aber wenn ich jetzt schnell bin das bin ich finde ich dieses auto teil oder eher gesagt ich weiß wo es ist wir holen so wir gehen hier rein und hier drin ist es hier bei dirty dogs hier nochmal 20.000 so dass ich das markieren kann ich würde gerne die map da die karte so also einmal hier wo ich bin gibt es die bei karasserie ich kann das so schlecht markieren hier und dann da also das sind die drei autoteile dafür war bis wohl bis heute mittag als sie raus waren wohl noch nichts drin bewusst man wollen noch nicht wo die sind und ja hier sind die halt ist das letzte teil davon